Die Ranch der fliegenden Kühe, Fenium Mutang, ist die kinderfreundlichste Ranch im Westen. Also nicht im Wilden Westen, sondern in West-Taiwan. Genauer gesagt im Landkreis Miao Li. Vor fast 50 Jahren als echter Milchhersteller angefangen, ist die Ranch heute in erster Linie ein Ziel für Kinder, aber natürlich auch Erwachsene, die gern mal echte Kühe sehen möchten. Auf etwa 170 Hektar sieht man Jersey- und Holsteinerkühe, aber auch Schafe und Ziegen. Doch nicht nur anschauen kann man die Tiere. Es gibt auch Mitmacheraktionen. Unter Anleitung der Mitarbeiter kann man die Kühe melken oder Kälber mit Milch füttern. Andere Tiere sind Hasen, Meerschweinchen, Gänse und natürlich Pferde darf es auf einer Ranch nicht fehlen. Auch wenn sie für diese Cowboys und Cowgirls etwas kleiner ausfallen. Und auch wer sich nicht unbedingt die Tiere anschauen möchte, hat die Möglichkeit, sich mal vom Stress der Großstadt zu erholen. Verschiedene Wege in verschiedenen Schwierigkeitsstufen führen durch eine malerische Landschaft immer wieder zum Haupthof zurück. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020